ARD Text im Auftrag von Funk Ach du Scheiße, Digga! Und ich auch noch mit Höhenangst! Oh mein Gott, Digga, mir macht das richtig Angst grad. Ich kann gar nichts kommentieren, ne? Ey, for real, es wird bei euch nicht so rüberkommen wie bei mir, aber ... Oh mein Gott! Bro, was kommt dir so nah? Nimm doch noch die Vögel mit! Ach du Scheiße, Digga! Und was mach ich jetzt hier? Oh, oh, ich steh doch noch drauf! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga, ich stand doch noch drauf! Da oben stand ich einfach grad! Wir schauen uns das noch mal an. Eine Stunde später. Okay, Freunde. Ich glaube, wir haben hier gar keine richtige Aufgabe. Ich hab das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, aber in deutlich schlechterer Qualität und mit einer ganz anderen, beschisseneren VR-Brille. Ich glaube allerdings, dass wir hier gar keine Aufgabe haben, also jetzt nichts einsammeln müssen, wir können das quasi einfach erleben. Und wenn ich jetzt nach vorne springe? Oh! Oh! Ja, okay, wenn man mit der Tatsache rangeht, dass man weiß, dass man runterspringt, nimmt es einem die Angst und den Übelkeits-Effekt. In mir ist halt das Problem, dass ich Höhenangst habe und mir schnell schlecht wird. Von daher würde ich sagen, ähm, wir am Boden sind wir schon, wir machen jetzt mal die Himmelsmalerei. Hab ich gerade zwei Knöpfe auf einmal gedrückt? Na ja, lassen wir uns mal überraschen. Ding! Was ist das denn? No way! No way! Ich kann... Ich kann durch die Stadt fliegen! Was geht denn jetzt ab? Anmerkung aus dem Schnitt. Alles, was nicht gut befestigt ist. Alter, wir fliegen erst mal nach ganz oben! Oh, guck mal! Ich male auch eine Spur hinter mir her! Wahnsinn! Kann ich denn das Ding hier reinfliegen? Ne! Äh... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich überhaupt noch höheres... Oh, wow! Doch, ich bin schon noch mal ein Stück höher geflogen! Digga! Was geht hier denn ab? Tatsächlich wahrscheinlich immer noch das, was nicht gut befestigt ist. Okay, ich glaube, ich bin am Maximum angekommen, weil, äh, das hier irgendwie nicht mehr weiter nach oben geht, obwohl ich nach oben zeige, aber schaut euch das mal an! Ich bin am höchsten Punkt, komm ich jetzt irgendwie wieder runter? Ne, ich muss jetzt den... Ach, Digga, ich muss den kompletten Weg wieder runterfliegen. Zwei Tage später! So, Freunde, da sind wir jetzt auch schon beim Aufzug ange... Hm? Ach, ich muss doch da! Äh... Boah! Gebt euch mal, wie weit oben ich war! Da ganz oben war ich einfach! Aber okay, gut! Äh, gehen wir halt noch einen Stock weg tiefer. Das Krasse ist halt echt, dass das einfach dafür gemacht ist, dass man überall rumfliegen kann. Ich find, so Spiele müssen auch gar nicht so krass von der Grafik sein. Sowas reicht mir ja komplett, einfach wenn man eine coole Erlebnissache hier hat. Vor allem mit einer VR-Brille ist das halt irre. Wow! Okay, machen wir mal, äh... Planke nochmal. Da kam nämlich gerade das... Hallo? Perfekt, Digga! Wenn man hier oben bei der Planke angekommen ist, kann man sagen, ob man nur die Planke haben möchte oder Torte, Donuts oder Spinnentorte. Was ist denn eine Spinnentorte? Was hat das denn mit Spinnen zu tun? Oder bin ich jetzt... Oder tue ich mich hier gerade? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Ich hör was! Ich... Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott! Ich hab panische Angst vor Spinnen. Oh! 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 Du, 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 du! Oh mein Gott! Oh! 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 Wir machen das nicht mit den Spinnen! Oh mein Gott, ich mach irgendwas... Oh, da kam ja noch eine! Oh! 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 Da ist schon wieder diese Torte! Ich vertrau dem ganzen Scheiß nicht! Wir machen was anderes! Wir machen eine Heldenakademie! Boah! Ich bin raus mit Spinnen, ne? Ich hasse Spinnen wie die Pässe! Ich krieg direkt Herzrasen! Mir wird schweißig, schitzig... Ich kann nicht mehr reden! Boah, Feuerwehr! Oh! Warum könnt ihr das nicht normal da hinschre... Oh! Oh! Boah, ich bin krass! Au! Ich bin noch nicht krass! Ich bin hängen geblieben! Ich bin... Ich muss doch zurück! Ich muss hier lang! Digga! ... Und runter! Runter! Und dann der Fassade lang! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss kotzen, glaub ich! Mir wird's so schlecht! Oh wow! Hier oben durch! Uff! Und runter! Runter! Wo lang? Wo lang? Wo ist es? Wo ist es? Ah, da, da, da ist es! Da ist es! Hier durch! Hab ich's geschafft! Ich hab's geschafft! Hier durch, guck mal! Durchs Hochhaus, klar! Wollang auch sonst? Hier oben! Ich stell nur ein Weltrekord auf, ich sag's euch! Hier oben durch! Oh! Und jetzt! Na, da oben! Durchs Ziel! Doch nicht! Wieder runter! Links! Hier lang! Oh! Mir wird's so schlecht! Ich hab's gewonnen! Ich hab's geschafft! Hier ist das Ziel! Box, Digga! Stratensich verpasste Checkpoint 16! Ich hab keinen einzigen Checkpoint verpasst, du Bastard! Was muss ich denn jetzt machen? Ach nein, da kommen Raketen auf New York geflogen! Ey, Digga, was ist denn das für ein Spiel? Ich dachte, sie läuft über eine Planke, ne? Zack! Die haben wir... Nee, die haben wir noch nicht. Doch, haben wir auch! Da hinten kommt noch eine, Digga, wo? Ich bin jetzt hier einfach in einem Kriegsgebiet gelandet! Rakete gegen Rakete! Boah! Ey, Mann, es macht schon ein bisschen Angst, ne? Hier vorne fliegt mir ein bisschen zu nah um die Hochhäuser rum. Wir schneiden hier allerdings den Weg ab. Boah, perfekt gemacht! Und jetzt von der Seite! Nein! Oh mein Gott! Ey, ich sag euch, das ist mit der Brille macht das so viel Spaß hier gerade! Wenn mich denn die Rakete mal erwischen wird! Digga, wieso ist die plötzlich so schnell? Alter! Ja, wie soll ich die denn erwischen? Putz! Die Stadt gerettet! Zwei Sterne! Guck mal, da drin bin ich gut! Ach, perfekt! Ja, hab die Stadt gerettet, sieht man! Ach, nee! klichbriefmûk sind Frau von Nacht! Ja das sind seine Morgen,